Mit dem Redstone-Tile, das geht ja normalerweise nicht, einfach so, oder? Stell's mal direkt von uns an. Ah, okay, geht doch. Wow, so. Ähm, da geht's, ich geh mal hier durch. Wow, 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 wow. Ich glaub, ich weiß, wo wir nachher hinkommen, wenn wir hier mit fertig sind. Da ist wieder so eine Redstone-Torch. Und da ist auch wieder eine, ja, Tür auf der Schlüssel. Also, ähm, Moment, ja, mach mal. Irgendwas passiert. Nö, ne? Glaub nicht. Also, wir könnten hier jetzt noch runter, kommen wir dann wieder hoch? Ne, dann kommen wir aber nicht mehr hoch. Aber auch noch weiter, hier ist nämlich eine Truhe. Das ist, glaub ich, die, wo wir gerade eben, ah, ja. Oder? Das ist die, wo wir gerade eben nicht hinkonten. Ist auch eine Redstone-Torch drin. Du kommst jetzt nur nicht mehr raus. Ja, ich hab jetzt, ja, toll, super. Hier unten ist die Tür, aber die kann ich dann mit der Torch hier aufmachen. Ja, aber wir brauchen auch nur eine hier oben. Und die ist, die ist direkt bei mir hier. Also, komm mal wieder hoch und dann. Also, ich find's eigentlich auch ganz cool, dass es hier nicht nur einen Weg gibt, sondern dass da auch ein paar so Fallen eingebaut sind, sozusagen. Warst du hier schon in der Bibliothek da? Ja, da sind die Betten. Ach so. Ja, kannst wieder hochkommen. Hier geht's weiter. Ich mach die Tür einfach schon mal auf. Ähm, ich geh jetzt auch noch nicht hoch, aber es sieht nach irgendeinem Schalterrätsel aus. Ich hab ganz kurz reingeblickt und drei Schalter gesehen. Das kann ja schön werden. Oh, da ist ja noch eine Truhe. Ich hab noch eine Redstone-Torch gefunden. Wo ging's denn hier überhaupt noch hoch? Ah, da hinten, wo war... Ja, da, wo die Tür auf war. Äh, ich hab grad voll den Überblick verloren. Ach so, ja. Bei dem weiß und dann hoch. Okay. Gut. Also, eine Redstone-Torch haben wir noch. Ich geh da jetzt rein. Ja, oh, hier sind... Oh, hier sind wirklich mehr wie drei Schalter. Oh, 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 oh. So. Oh, ja. Ach, so scheiße. Äh, wir machen am besten erstmal einfach nix. Hier unten sind noch mehr. Oh, Gott. Ich glaub, wir müssen gleichs mit denen machen, oder? Das ist doch schon alles. Also, hier kommen wir auf jeden Fall erstmal durch. Gehen wir mal hoch. Ah. Also, hier brauchen wir dann wieder eine Redstone... Äh, hier so eine Fackel. Und dann sind wir hier und brauchen noch ne Fackel. Das ist dann wahrscheinlich die, die du... Äh, hattest und die wir dann nicht... Ah, ne, ich hab noch... Ne, ich hab ne Leiter gefunden. Äh, Moment. Ja, vielleicht gibt's die aber auch irgendwo hier, wo die ganzen Schlüssel... Äh, die ganzen Schalter sind. Also, irgendwas muss man mit einer Leiter machen können. Ich hab grad ne Leiter gefunden. Vielleicht brauchen wir die aber auch später, kann auch sein. Ich behalte sie erstmal. Also, hier oben in dem Raum, die ganzen Schalter, die können ja eigentlich gar nichts machen. Weil der Raum ja hier so isoliert ist. Also, da muss ja dann irgendwie Redstone hinten dran sein oder so. Deshalb kann mit hier den Schaltern eigentlich schon mal... Ja, aber ich geh eigentlich mal davon aus, dass die Redstone-Fackel, die du gefunden hast, dafür da ist. Weil, äh... Sonst hätte die ja gar keinen Sinn ergeben. Ja, mit der ist man halt wieder rausgekommen. Ja, klar, aber ich... Hättest du die nicht auch einfach von oben... Ja, aber ohne die wäre man ja gar nicht mehr rausgekommen, denn... Hätte man die ja gar nicht mehr können mitholen. Na gut, du bist ja reingesprungen und hast sie deswegen gebraucht. Hättest du die nicht auch können von oben nehmen? Ich glaub nicht. Aber, ja, kann sein. Weil dann hätten wir ja noch eine und dann, äh, ja. Ich guck mal, ob hier vielleicht noch irgendwie was ist. Auf der anderen Seite war da auch eine Truhe. Nee. Da, hier irgendwo irgendwas. Nix. Ja, ich geh mal davon aus, dass das die war, weil die Schalter bewirken ja alle nichts. Ich hab unten alle gedrückt. Ja. Oben, die können nix machen. Ja, dann machen wir das einfach so. Das muss ja eigentlich so sein. So. Und jetzt werden wir wohl irgendwo noch eine Leiter brauchen. Also hier schon mal nicht. Zumindest bisher nicht. Oh, was war das denn? Wieso bin ich hier hängen geblieben? Boah, mit den Treppenstufen ist das verwirrend. Moment, 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 Moment. Äh, geht's da noch irgendwo hin? Oh, scheiße. Jetzt wollte ich gucken, ob's da irgendwo hingeht. Mist, noch eins runtergefallen. Oh, super. Oh, und noch mal. Oh, scheiße. Scheiße. Oh, mein Mann. Oh, ich hab genau selber gemacht. Nein. Ach, du bist ja ganz runtergefallen. Oh, scheiße. Mich auch. Oh, ich muss gucken, ich hab nicht mehr viel Leben. So, jetzt bin ich auch gleich wieder oben. Jetzt bin ich oben. Ja, oben war ich ja auch schon. Okay, jetzt bin ich auch raus. Ja, ich geh die soe. Oh, der Spund ist assi. Ah, ja, schön. Der macht Spaß. Ja, geschafft. So. Oh, nee. Nein. Den letzten nicht geschafft. Ja, dann wollte ich mal schnell, weil ich hab auch nicht mehr viel Leben. Was ist jetzt den allerletzten zu dem Turm nicht geschafft? Ja, ich auch nicht. Ja, ich bin da. Der ist, der ist übel. Nein, jetzt hab ich scheiße. Hit the ground too hard. Wahrscheinlich bist du jetzt nochmal vor mir da. Ah, nee, die Welt ist schon fast fertig geladen. Also bei ihm lagst du natürlich überhaupt nicht. Also gut, bei mir lagst du ja auch nicht. Aber er hat natürlich eine bessere Verbindung zum Server, denn er ist der Serverhost. Von daher lädt bei ihm die Welt nicht so lange wie bei mir. Ach, ich steh wieder auf der Treppe. Schön. Ich dachte, ich wär... Ja, du hast dich zu mir geportet. Achso, stimmt. Ich hab... Ja. Aber das sind doch... Eins, zwei... Das dürften doch nur zwei Felder sein, oder? Das müsste man eigentlich schaffen. Das gibt's doch nicht. Ach, die Leiter nehme ich wieder mit. Boah, das Tor gibt's auch nicht. Ich mach die Leiter mehr hoch. Boah! Die ganze Zeit hat super geklappt. Nein, 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 nee! Scheiße. Alter, wie lange brauchen wir für diese Adventure-Map? Das gibt's gar nicht. Ich bin aber immer noch im Aufnehmen, das ist schon mal gut. Gut, das ist sonst schon nix vorhanden halt. So langsam müssen wir hier mal fertig werden. Nein, nicht schon wieder. Vielleicht gibt's fünf Level. Ähm, nee, ich glaube, hier danach ist Ende Gelände. Oh! Denn ich hab schon gesehen, was kommen könnte. Kann ich mir auch storymäßig gut vorstellen. Scheiße. Ich sag's jetzt nicht, aber... Ja, ich hab's ja noch nicht gesehen. Oh, das Tor gibt's doch nicht. Wahrscheinlich hat der Zuschauer es vor allem nicht gesehen. In 360p sieht man sowas nicht. Okay. Oh, verdammt. Ich hab' echt ätzend. Jetzt auf einmal den einen Sprung hier, den schaff' ich jetzt nie. Ja, ich auch nicht. Ah, jetzt hab' ihn. Jetzt hab' ich ihn wieder. Das gibt's nicht. Äh, vielleicht muss man auch hier die Leiter jetzt hinsetzen. Mach' ich mal, weil jetzt schaffen wir's. Ja, das kann sein. Ja, ich hab's auf jeden Fall jetzt geschafft. Oder ein Potzmann.